hey holo und willkommen zu einer neuen folge let's play minecraft matrix ja eigentlich ich habe jetzt schon tagelang schon eine folge gebracht und die letzten tage habe ich echt probiert eine mini map zu installieren was in aus irgendeinem grund bei mir nicht funktioniert ich habe schon versucht forsch für 188 zu installieren ich habe forsch für 18 installiert ich habe die mehr für 188 installiert ich habe die mehr für 188 installiert und es klappt nicht dass das nervt so weil man könnte ich könnte so weit laufen und ich würde mich nie wieder verlaufen weil ich hier waypoints haben und jetzt jetzt sowas das geht nicht man das nervt mich auch ja diese diesen wasser flow hier muss ich auch noch mal machen ich muss das vielleicht alles umändern keine ahnung wie ich das machen will das her habe ich dann jetzt alles fertig gemacht alles angepflanzt jetzt sollte es funktionieren da fließt dann alle hier rein und dann hier unten in den hopper rein und ja heute würde ich auch gerne irgendwas anderes machen aber ich wollte mal gucken ob es da sind irgendwelche mobs ich würde jetzt so gerne mal los rennen und eine wüste suchen oder sowas aber wie soll ich das machen wenn ich keine ich kann die koordinaten aufschreiben toll das ist mir echt viel alter wieso habe ich auch immer so viel frames ist los da keine die sind absolut keine keine slams mehr als wenn die irgendwie aus sind ja leute was gibt es sonst sonst habe ich eigentlich so großartig nichts zu erzählen äh steht jetzt endgültig fest ich nehme jetzt erstmal hier das mit hier es steht endgültig fest ich ziehe nach leipzig und keine ahnung wie das hier werden wird mit den upload und mit let's plays und so ich habe ich meine ich habe dort internet ich habe so gesehen besseres internet als hier aber es benutzen 200 und 95 andere das internet ich weiß dass man das nicht zur gleichen zeit benutzt aber ich mache das mal hierzu ja toll ja weil das nämlich wlan ist das ist kostenloses wlan zwei mbits up und download und ja da bin ich mir nicht so sicher was ich davon halten soll wahrscheinlich also ich meine ich kann ja diese let's plays hier minecraft und so kann ich ja auch offscreen machen ohne internet connection und so ich dachte ich hätte was gesehen ich baue ein paar melonen ab und aber sonst so von wegen die crew oder lol ich meine ja wieso sollte lol das nicht schaffen mensch es ist wenn es sehen aber ich versuche mein bestes und ich werde auch kummer ich werde mal vorher versuchen so ein so ein gucken so ein internet stick gibt es ja ich kann mich da nicht wirklich also muss doch mal gucken falls es wirklich grauenhaft oder sogar 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 gar kein empfang da ist dass ich da ihm so ein internet stick miete oder wat monatlich da keine ahnung oder ich muss halt am wochen jedes zweite wochenende hier 10 12 folgen oder wat aufnehmen und dann hochladen es gibt noch einen internetraum wo ich hin ziehe also ein internet café so eine art da soll der sollte die leitung besser sein aber da will ich mich jetzt nicht so hinsetzen und let's playen wenn neben mir noch drei andere leute sitzen das ist das ist nicht so ja das ist so ein kleines ach das ist ein kleines so nee wieso steht das alles noch nicht so ganz fest wie ich das haben will und ich jetzt mal erst pennen ich glaube schon ewig hier im haus nicht mehr kann es sein gab es hier oben nicht beim bett natürlich hier nein wo ist das bett denn ist es dahin hingestellt bett hä war ich das bett hingestellt wieso sind die zwei leitern weil das ach das badezimmer war hier muss doch eine wand rein stimmt irgendwas war doch da dann mach ich das gleich mal vielleicht einigermaßen das bett das das ach hier müssen wir auch noch weiter ausbauen ja 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 ich gehe jetzt erstmal hier pennen und dann bauen wir das bad aus wir bauen den bahnhof weiter aus ich mal sagen ich brauche ein stein gott hier wimmelt sich schon wieder nur von mobs naja ich weiß dass du mich abschießen wolltest da geht kaputt danke gut kann vielleicht schon wieder was weg tun aber wir sind schon wieder so voll voll so hier ist noch drecks kram redstone zeug grün kram essen das ist nicht essen essen das behalten war grün kram klatsch jetzt mal so rein hier so die einmal kann ich eigentlich auch wieder weg tun was wir noch brauchen ist glas kann ich ja gleich hier lang gehen so vielleicht beschaffen wir uns erstmal hier mit dem bahnhof hier sollte auch noch runter gehen ich habe nicht mal eine schaufel dabei da oben auch noch okay da brauche ich auch noch holz für hier ich brauche unbedingt eine schaufel das geht ja gar nicht guck schon wieder ein vieh so schaufel ah guck mal hier ich meine ist nicht die beste aber was soll's ne ist umsonst ja ähm haben wir denn wir haben keine bierke okay wir müssen bierke holen hatten wir nicht mehr letztens warte mal die ist bestimmt hier drüben drin ich gucke mal kurz ja und ähm sonst wüsste ich jetzt auch nichts erzählen ich bin total lol süchtig im moment äh gestern war mal wieder so eine aufnahme wo ich mir so dachte ich wollte nämlich unbedingt den vaus äh nehmen weil die erste aufnahme scheiße war von mikrofonqualität übrigens habe ich ein problem mit meinem headset das ist immer so ein ich spreche und sobald ich ganz so ein bisschen weniger spreche so leiser oder aufhören und luft hole und dann wieder rede so wie jetzt ungefähr äh dann wird das immer so leiser die sprach und das ist so abgehackt so ganz komisch und das nervt total also wenn das weiter so anhält muss ich doch dieses mikro nehmen und dann muss ich dann noch so ein tischmikrofon irgendwie besorgen so ein tischständer dafür weil der der schreibtisch den ich da drüben benutze wo ich äh in leipzig der gehört nicht mir das ganze zimmer ist schon eingerichtet und äh die möbeln gehören dem veranstaltungs einrichtung ähm wo ich äh übrigens eine umschulung mache zur mediendesignerin digital und print fachrichtung gestaltung und technik ähm naja bis jetzt denke ich mir gestaltung und technik ich weiß nicht ob man das später erst auswählen kann oder ob ich das jetzt sofort äh bis jetzt heißt es nur medien gestaltet so ich würde jetzt eigentlich nach holz gucken ähm hab ich hier noch kisten hä ich hab da letztens Holz gesehen aber ich bin blöd gehen wir mal kurz Holz suchen ne da ist es zu viel gefarmt oder nicht ne das ist kein okay du benutzt jetzt Holz mann ach so äh was gibt's sonst hab ich auch so nichts zu erzählen ja wie gesagt mikrofonproblem jetzt bin ich mir noch ganz unschlüssig weiß gar nicht ich glaub wenn die Folge rauskommt äh ist die eine Lollfolge weiß ich ne die ist noch nicht draußen glaube ich ähm bin ich noch ziemlich unschlüssig ob ich die Folge überhaupt hochlade mit diesem schlechten Mikrofon das Problem war ist äh war oder nee das Problem ist immer noch ähm die Folge war gespielt gegen Bots wo ich erst mal wieder ein Champion ausprobiert habe und ähm das ist echt schade mir gefällt eigentlich die Folge und ich meine ich weiß es nicht nach vertonen tue ich sie nichts es ist einfach zu viel Arbeit schon alleine diese langweiligen Passagen Passagen rauszuschneiden von 0 ist auch schon ganz schön viel Arbeit so eine Läufer zu schneiden hätte ich nicht gedacht aber die sind ja immer so ewig lang können ja bis zu 43 Minuten äh lang sein und äh ne das hochzuladen ist nicht so nicht so der Hit-O-Moment bei meiner Leitung vielleicht ich also wenn es wirklich zwei Mbits dabei bleibt wäre nice weil das ist das Dreifache was ich jetzt habe ich meine ich hab weniger Zeit innerhalb sich aber trotz allem werde ich dann weiß ich nicht bei Nacht vielleicht hochladen und vielleicht kommen auch weniger Folgen ich weiß es nicht oder ich muss halt ein bisschen mehr vorproduzieren ich hab keine Ahnung wie ich das managen soll ich muss selber mal reinschauen wie mir das ja arbeiten liegt sagen wir mal so ich arbeite kann das arbeiten nennen oder ich lerne sagen wir mal so ich genau ich lerne bis nachmittags und äh dann hab ich ja abends nachts Zeit die Videos zu machen und äh natürlich hab ich auch wollen einen und so ne keine und joa so wir können jetzt hier einfach mal alle birken so jetzt haben wir noch zweieinhalb Minuten nur noch oh Gott joa ähm falls ihr es noch nicht wusstet wir haben einen Gruppenkanal die Crew heißt der äh schau mal rein den Link vielleicht in der Beschreibung wenn ich dran denke sollte eigentlich ich weiß es nicht aber ich verspreche lieber nichts ähm da das ist echt schlampig manchmal bei mir deswegen verlinke ich schon lieber nichts ich glaub es haben viele YouTuber die sagen ah ja liegt in der Beschreibung und dann ist es doch nicht da weil ja naja schaut einfach mal oder tippt einfach die Crew ein das ist so ein schwarz-gelbes Logo da äh laden wir zur Zeit Rainbow Six gibt es Rainbow Six Siege äh wir haben Hurt World wir haben Minecraft Techit Legends ähm dich kenn ich mal was haben wir denn noch ich glaub CSGO kommt demnächst ich kenn jetzt einfach mal die zwei Kühe die mich nerven ähm sonst weiß ich jetzt gerade nicht also wir planen schon noch jetzt dieses Jahr ein bisschen mehr hochzuladen es ist halt so wir hatten mal so einen Kanal und da hat jeder seinen Tag gehabt der sollte dann hochladen und dann irgendwann ist das so der man muss man ist so gezwungen dann hochzuladen deswegen haben wir das jetzt so alle umgeändert ein paar Leute sind rausgegangen ein paar Leute sind drin geblieben und ähm haben das jetzt so geregelt wenn einer Bock hat soll er machen wenn er keinen Bock hat dann soll er es nicht machen also hochladen deswegen kommt da so ein bisschen auch unregelmäßig so wie jetzt bei mir von wegen Star Wars ich bin mir nicht ganz so sicher so gut kam es ja nicht an und ehrlich gesagt hat es mir auch nicht wirklich Spaß gemacht ich weiß nicht was heißt nicht Spaß gemacht aber es war komisch es war sehr komisch ja es ist ein komisches Spiel finde ich ich dachte eigentlich dass mir Angry Birds mehr Spaß macht aber irgendwie die Herausforderung ist nicht da so jetzt haben wir das schon mal so dann können wir das hier eigentlich rausnehmen oder die Halbstuf hier theoretisch schon ne so und da geht schon der Timer los äh wie mache ich das hier das weiß ich nicht wir haben aber ups ne erstmal die Schaufel mal schaufeln hier gucken äh ab hier okay oh guck mal hier haben wir schon jede Menge hallo und sogar Sand hier ja gut ne hab ich gesagt dass wir hier äh dann nehme ich das jetzt mal eben hier raus und mache hier Dings rein ja so okay ich mache einfach alles hier frei Mensch dann musst du da so äh Dings runter sag schon äh Stein mein Cleanstone so jetzt müssen wir mal gucken hier was wir machen wir brauchen äh warte 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 Dreck erstmal hier die Löcher stopfen so hier bis hier hoch so ich glaube ich hier auch noch eine Bahn mache und hier drunter ja ja komm oder machen wir da Stein hin müssen wir sowieso alles wieder aufreißen ne ich lasse glaube ich so äh hier das können wir alles rausnehmen so ich kann ja mal schon etwas setzen so ich weiß ja nicht wie weit soll ich das hier machen Mensch ich mache das ja gleich wieder auch hier zu oder ich könnte hier Glasblöcke drüber machen natürlich wenn ich wollte so jetzt setze ich hier erstmal die Steine hin ich würde sagen schon dass wir das bis hier machen so äh ja gut keine Ahnung ich mache es immer hier so zu zack das ist eine Redstone okay bis dahin und ich weiter wollen wir das alle noch ab hier okay wir haben noch eine Schaufel ja und äh sonst der Ansturm auf diesem Kanal ist ja jetzt endlich ja vorüber wenn ich das so sagen kann Ansturm eine Zeit lang viele Aufrufe bekommen weil die von meinem Blog Kanal kamen es hat sich aber jetzt wieder gelegt ähm ich baue mal hier zu so ja sieht schon besser aus so äh sollen wir hier noch machen so da wird alles zugebaut mit äh ja das kann weg das kann weg ich baue ich baue das mal kurz hier weg damit ich durch dran komme dann machen wir hier Holz drunter so und wir müssen jetzt die Halbstufen wieder hinsetzen ja jo Leute ich finde das sieht ja relativ nice aus ich bin mir gerade nicht sicher inwieweit wir da rüber gehen so ähm so äh ich würde sagen wir machen einfach so zack 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 ja ich glaube das ist gut so das muss einfach erstmal hier so bleiben wie unten und mal schauen wie es aussieht ich glaube es sieht ganz gut aus ja doch sieht ganz steilig aus und ja falls euch diese Folge gefallen hat der Daumen nach oben wäre geil Kommentar lassen viele Vorschläge und bis zum nächsten Mal ciao